Was nehmt ihr auf? Wunderbar. So, herzlich willkommen zum Staffelfinale von Herodes Talk. Ihr habt viele Kommentare geschrieben, was ich in diesem Herodes Talk machen soll. Aber ich hab mir überlegt, ich mach heute mal etwas anderes. Und zwar nicht das, was in den Kommentaren steht. Das mach ich nämlich in der nächsten Staffel. Es wird eine neue Staffel geben. Aber ich hab mir da ein paar Fakten aufgeschrieben. Es gibt zwei Gründe, warum die Staffel morgen noch nicht anfängt. Erstens geht Banana Alex das Format auf den Sack. Zweitens ist Phantom Zero morgen nicht da und will den Staffelauftakt nicht verpassen. Deshalb Herodes Folge 11 übermorgen. So, anstatt das zu machen, was überhaupt in den Kommentaren stand, hab ich mir was ganz besonderes für euch überlegt. Wie gefällt euch das? Hm? Ich bin euer Captain-Kurventraum. Na, wer träumt mich von solchen schönen Kurven? Na, hat dich das gefallen? Schreib es in die Kommentare. Okay, ciao. Bis zum nächsten Mal.